Moin Moin und willkommen zurück zu Project 5 Sightseer. So, wir gucken jetzt wieder. Hatten wir da nicht gerade eben? Ich dachte da wäre noch eine Ressource. Aber nö. Auf der Suche nach Hard Metal und Ressourcenpool. Linke Seite. Da haben wir was. Was ich ein bisschen schade finde, obwohl möglicherweise nichts anderes oder Exzess ist. Es ist halt kein Leben zu sehen. Außer pflanzliches natürlich. Keine Tiere, die rumrennen. Keine Vögel, die fliegen oder so. Wirkt die Welt ein wenig, äh, ja, tot. Um ehrlich zu sein. So. Magnesium. Huge und gab Geld. Aha. So, ich klappe ja erstmal die weiteren Umkreise um unser Lager rum ab. Um Ressourcen zu entdecken. Damit wir dann anfangen können, ein bisschen abzubauen und, äh, ja, aufzubauen. Fähig ein paar Sachen. Also wir brauchen aktuell noch, äh, Kupfer und Eisen, glaube ich, war das für den, äh, Generator. Kupfer hat man ja irgendwo gefunden und nicht abbauen können, weil überall nur Aluminium, glaube ich, rauskam, ne? So war das. Ups. Methan. Nochmal Magnesium. Schon wieder huge. Iron. Medium. Medium. Hm. Ich mein, okay, besser als nix. Äh, wie fahren wir? 368 haben wir. Wieviel brauchen wir für den Generator? Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich überlege gerade, wie wir das am sinnvollsten machen. Da ist ein Punkt. Vielleicht nochmal Hard Metal. Heavy Metal. Ah, Aluminium. Wer lässt das ganze Aluminium hier liegen? Ups. No inventory. Was? Moment, Moment. Nein, das ist ja falsch. Achso, ja, die Slots sind alle belegt. Wir können das noch erweitern, aber da müsste eins von diesen beiden Teilen rausfliegen. So, 10.000 Gravel. Tschüss. So, 1989 Aluminium ist nützlicher als 10.000 Gravel. Ich weiß nicht, also das Gravel wird für irgendwas später noch gut sein, denke ich. Hoffentlich. Hoffentlich. Wir haben ein bisschen blöd, wenn es... Der Container ist das, ne? Ja. Mal schauen, wie lange da liegen bleibt. Ähm, für irgendwas wird das schon noch gut sein, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass es eine komplett nutzlose Ressource gibt, die nur zu vollstopfender Symentars ist. Ähm, aber Gravel kriegt man ja überall in rauen Mengen, von daher... Was soll's ne? Was soll's ne? Äh, meine Güte. So, da kann man noch ne Ressource aufdecken, glaube ich. Aluminium. Aluminium. Ja, du schaffst es. So, bleiben wir mal kurz hier stehen. Genieß mal die Aussicht. Da hinten ist es so felsiger, so Canyon-artig. Genauso da. Und hier haben wir wieder Wald und Wiesenlandschaft. Da. Ähm. Ja, würde ich sagen, klappern wir die beiden Punkte ab und machen uns dann den Punkt auf. Tita... Titanium. Large. Ich würd' ja was mitnehmen, aber wir haben leider keinen Platz. Ja, er kämpft sich da durch. Der schafft doch schon, der kleine Wagen. Kohle. Jo. Ja, ich denk mal die Kohle ist dafür, dass es ein Kraftwerk das Material in Energie umrühren kann. Ja, du schaffst es. Du schaffst es. Oh mein Gott, 107 Prozent. Also so überladen sind wir noch ordentlich. Wär ganz nice, wenn wir noch ein bisschen Hard Metal finden. Iron. Iron. Haben wir Iron an Bord oder nicht? Finden wir gleich raus. Ja, aber. Sonst hätte er uns gesagt, dass wir keinen Platz haben. Ähm. Ähm. Da waren die beiden, die wir gerade abgeklappt haben, nehmen wir mal in die Richtung. Orientierungslos im Wald. Wir können ja auch einfach beigehen. Aha. Ich hab eben versucht zu bremsen, aber hat er immer weiter Gas gegeben. Inventory Folgen würde nur Gravel rauskommen. Wir hinterlassen leider auch keine Spuren. Finde ich schade. Wäre so ganz neckisch so als Gimmick. Okay. Bewegt sich das? Ein Induktionsmotor, der hin und her rollt oder wie jetzt? So. Können wir dich aufnehmen? No inventory space. Ne, das wollen wir nicht. Uh. So. Und Induktionsmotor würde ich ja ganz gerne mitnehmen, ne? Da ist jetzt aber die Frage, was werfen wir raus? Das Lithium würde ich sagen, weil wir davon so ganz, ganz wenig haben. Was kannst du denn? Wofür bist du denn? Äh. 450 Torque. 90 kmh. 25 Thrust. Hier ist glaube ich Austausch für unseren Motor, ne? 50 Thrust. Du hattest... Must be repaired first. Must be repaired first. Wie können wir dich denn reparieren? Keybindings. Ne, das wollen wir nicht. Wie reparieren wir dich denn? Beziehungsweise die Karre reparieren, ne? Repair. Das war ja easy. Okay. Gucken wir mal. So, jetzt haben wir einen anderen Motor drin. Weil man die halt in der Gegend so findet. Oh, klingt auch gleich anders. Und zieht auch gleich viel besser. Ja. Ja. Nett. Dankeschön. Sehr freundlich vom Spiel. Abandoned Item External Storage. Abandoned Item External Storage. Das ist ein Ding, das wir hier einbauen können. Ach, ich klicke immer auf das Falsch hier. Ähm. Ein Lagercontainer. Ein Lagercontainer. Der würde dann halt einen Slot wegnehmen. Und dann würde er uns hier aber sechs weitere Slots geben. Wäre ganz nützlich. Das Problem ist eher... Also, er nimmt nicht nur mal einen Slot weg, sondern externe eins oder zwei. Entweder unser Mining Laser oder unser Radar. Theoretisch können wir ja ohne dieses Radar arbeiten, weil wir ja den Sensor haben. Ne? Ich glaub... Ich glaub, machen wir auch so. Ach, ernsthaft. Wo kommst du da hin? Kommst du mal rein, du rein. So, jetzt haben wir halt den Lagercontainer. Er hat uns ein paar Slots gebracht. Können dafür jetzt natürlich nicht mehr so weit gucken. Regen. Der Wagen rutscht wirklich deswegen. Yeah. Ich würd hier ganz gerne noch ein bisschen, ähm... Ne? Sagt ich ja schon. Damit wir für ein paar Container aufbauen können. Und so Ressourcen sammeln. Wir müssen jetzt... ... fast genau über eine Ressource drüber fahren, um ihn zu entdecken, glaub ich. Also der Wagen bewegt sich kraftvoller auf jeden Fall. Mit dem Motor. Aber durch den Wald ist er immer noch übelst... Träsche. Ühh... Blumenwiese. ... Hmm. Einfach mal testweise hier, ja kommt nur Gravel raus, ups, ja schaffst es, achso da ist auch der Container, Mensch hab ich eben gar nicht gesehen. So, eben war noch ein grünes Dreieck-Dingsbums, was uns angezeigt hat, wo der Außenposten ist, denn ich würde jetzt gerne zum Außenposten zurückkommen, ah da ist es, ich finde den Zaun gerade ziemlich laut, muss ich sagen, ich muss gleich mal in die Aufnahme reinhören, gucken ob der da drin auch so laut ist, das kam mir vor und nicht so vor, dass dieser so laut war. Es fällt mir auch schwer, mich dabei irgendwie zu konzentrieren, wenn ich die ganze Zeit in den Ohren habe. da muss ich mal ein bisschen rumstellen. Oh, mit Schwung, mit Schwung, mit Schwung, geht alles. Oh, nur Gravel irgendwie. Man hört die Vögel zwitschern, aber außer Bäume oder so kommen keine Vogelschwärme raus. Mensch, das wäre doch schön gewesen, ach da ist er, da gerade, Aluminium, da. Ja. Ja. Also irgendwie Pi-Mei-Daumen den Weg zurückfinden. Outpost, out, out, outpost. Ernsthaft? Ist das Gebiet so groß vom Außenposten? Achso, der war dahinter, ne? Oder? Oh Mann, da muss ich mich erstmal zurechtfinden. Ach, vor der Lücke standen wir schonmal, ne? Kommt wieder der komplette Weg drum herum. Da muss ich mal kurz gucken. Ähm, die Richtung Farm war da, Klein-Resource. Warum ist die so gräulich hier? Cool, okay. Cool, cool, cool. Okay, da kommen wir nicht durch. Aber da konnte man schon den Container sehen. Das Lager sind greifbar an hier. Da kann man auch nicht durchführen. Hä? Komplett drum herum. Wie? Auf die Nase. Also hier geht der Außenposten schon los. Und, äh, ja, da hinten ist es ja irgendwo. Finde ich mal ein gewaltiges Gebiet. Und schwupp, zurecht. So. Container-li. Ähm. So mit Snappen oder sowas gibt es hier nicht, ne? Das finde ich ja doof, wenn das so unterschiedliche Höhen und Wirken sind. Winkel hat. Grabe! Okay, da ist uns die Ressource ausgegangen. Drei Stück konnten wir ja noch machen. Ja. Also, das ist Aluminium. Dann machen wir aus dir hier. Dir hier. Silizium. Refit. Und aus dir machen wir... Copper. David Copperfield. Und aus dir machen wir... Ähm, Iron dann wohl, ne? Würde ich grad für mich so mal empfehlen. Fit. Da. Wär hier weg. So. Eisen. Aluminium. Silizium. Hatten wir den da? Ne, den da. Silizium. Und dann haben wir hier noch Kupfer. Kupfer haben wir noch nicht eingebaut, also noch nicht gefunden sozusagen. Passagen. So. Jetzt machen wir mal... Ähm... Test. Die Mutter lassen wir einfach liegen. Der Test ist, wenn man jetzt durch die Gegend fährt und irgendwas sammelt und dann eine Stunde später wieder herkommt, ob der Container noch da ist oder ob er despawnt. Weil wenn er noch da ist, könnte man Sachen hier auch auslagern sozusagen. Ähm, denn mein Plan sieht jetzt so vor, wir müssen ja ein paar Sachen bauen hier, ne? Ähm, also erstmal Stromerzeugung auf jeden Fall. Ähm, das Science Lab hier. Und, ähm, ich würde dann auch ganz gerne anfangen, ähm, die ersten, ersten Bergbauapparaturen sozusagen zu bauen. Und dafür würde ich jetzt, also wir haben hier sämtliche notwendige Ressourcen gefunden, dafür würde ich jetzt rumfahren, also für diese Sachen, äh, rumfahren, die einsammeln. Weil jetzt geht es tatsächlich um Miner und das heißt, ähm, in Stellen und hier das machen. Zwölf Energie. Aha. Da gibt es Energie zwischendurch. Ne, kriege ich Energie durch das? Das ist ja cool. Deswegen gibt es hier überall. Ne, ihr seht, da muss man warten, bis es wieder voll ist. Und dann geht es hier weiter. Das dauert schon eine ganze Weile. Bis wir da irgendwas zusammen haben. Deswegen dachte ich mir, ich ziehe jetzt einfach mal offscreen los. Sammle diese Ressourcen. Genau diese vier brauchen wir nämlich, glaube ich, auch. Deswegen hatte ich das eingestellt. Gucken wir doch nochmal eben. So, Aluminium, Silizium, Kupfer und Eisen. Brauchen wir dafür auf jeden Fall. Und die Extraktoren. Bist du Ohre? Hallo. Ohre. Hartmittel, Copper, Silizium. Okay. Ja, auf jeden Fall Kupfer, Silizium, Eisen und Dingsbums. Das würde ich gerne jetzt einmal einsammeln. Obwohl ich überlege gerade, das ist auch ein bisschen blödsinnig, ne? Weil wir auch Hartmittel brauchen. Ich weiß jetzt nicht, was sinnvoller ist. Rumtouren. Gucken wir hier. Tschüss. Turfahr. Hier, da, tschüss. Aber wir müssen die hier auf jeden Fall wieder austauschen. Das riskieren wir mal hier und werfen den auch noch dazu. Und dann ignorieren wir das, was ich vorher sagte. Und wir setzen dann in der nächsten Folge hier wieder ein. Und machen uns auf die Suche nach Hartmittel und weiteren interessanten Punkten. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.